Gibt es eine Haftung des Arbeitnehmers bei Schlechtleistung? Antwort, nein. Begründung, warum? Der Arbeitsvertrag ist ein Dienstvertrag und eben kein Werkvertrag. Das heißt, der Arbeitnehmer schuldet die Zeit, die Präsenz. Dienstverträge sind zeitbestimmt und nicht das Werk. Das ist die Antwort. Also es gibt keine Haftung des Arbeitnehmers bei Schlechtleistung. Warum? Arbeitsverträge sind Dienstverträge. Das sind die grundsätzlichen Dinge, die man verstanden haben muss.